Hallo, ich bin der Herr Ernda, ich bin der Ausbildungsmeister bei Firma Fliegel in Tölkigen. Heute zeige ich euch, was wir hier alles machen. Das ist der Dominik und der macht gerade in den Wellen Langlöcher für die Spannstifte. Das ist der Jonas und der macht Drehbolzen für Entriegerungshiebel. Als nächstes gehen wir zum Schweißroboter. Das ist der Thomas und der René, die schweißen gerade Abprallbereich beim Güllerfassel. Jetzt in meinen drei Monaten Ausbildung habe ich vor allem schon viel mit dem Werkstoff Metall machen können. Nicht nur feilen, wie es der normale Metallbauer kennt, sondern auch hochmoderne Maschinenarbeiten. Ich habe jetzt schon beim René am Roboter zuschauen können und viel aufschnappen können. Ich finde das sehr interessant und freue mich schon, wenn ich das Ganze mal selbst bedienen kann. Das ist der Selim und der richtet gerade Rohr und Flanscher zum Schweißen. Das ist der Erik und der Severin und die machen unser Laserarbeiten für heute. Also ich finde die Ausbildung sehr schön, weil sie ist sehr vielseitig und es ist eine hochmoderne Ausbildungsstätte. Also wir haben neueste Maschinen. Ich habe sehr viel gelernt. Also wenn ich jetzt zurückdenke an den ersten Tag, ist dieses praktische Denken, habe ich hier erlernt, also dass ich ein Bauteil ganz anders angehe als vor einem Jahr. Ich bin auch oft in dem Ausbildungszentrum in Töhing und zeige dort auch den anderen Azubis, die nicht gerade technische Produktdesigner lernen, etwas über diesen Beruf. Die Erfahrung in den verschiedenen Berufen zwischen Metallbauer, Mechatroniker und technischer Produktdesigner ist auch sehr gut für die Kommunikation innerhalb von der Firma. Ich freue mich schon sehr, was die Zukunft bei Fliegel mit sich bringt, da ich noch sehr viel lernen möchte und sehr viel lernen kann bei Fliegel, da Fliegel sehr viel anbietet. Ich freue mich schon sehr, was die Meinung nach. Ich freue mich schon runter. Ich freue mich schon nicht zusammen. Ich freue mich schon klein, ich freue mich schon sehr, was extrem angeht. �